Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 13. Juni. Heute haben wir dabei 5G, E-Scooter, Houseparty, Citymapper und Spotify. Beginnen tun wir mit der großen Nachricht von gestern, die 5G-Frequenz-Auktion ist vorbei. Ja, es hat zwölf Wochen und fast 500 Beatrunden gedauert. Und jetzt ist alles verteilt und es fließt Geld, nicht in den Netzausbau, sondern es fließt Geld an die Bundesnetzagentur und zwar 6,55 Milliarden Euro. Ja, dann gucken wir mal, was aus 5G hier in Deutschland wird. Ich bin da jetzt nicht so optimistisch. Ja, wo ich aber optimistisch bin, ist, dass die E-Scooter, die E-Tretroller jetzt in den nächsten Tagen hier in den deutschen Städten anrollen werden. Das Gesetz ist ja dann praktisch durch und es gibt auch schon die ersten Anbieter, die es auch schon angekündigt haben, die schon in staatlich anstehen. Und drüben im Mutterland der E-Scooter, da ist jetzt die erste Konsolidierung stattgefunden. Denn Bird, praktisch der Veteran der E-Tretroller, der hat jetzt Scoot gekauft. Das ist ein anderer Anbieter von E-Scootern und auch E-Mopeds. Und die sind zum Beispiel in San Francisco aktiv. Das war ein Markt, den Bird bislang nicht bedient hat. Das heißt, sie haben halt auch neue Märkte, aber gleichzeitig natürlich auch die Konkurrenz um einen Anbieter verringert. Deswegen ist es war eh klar, die werden alle nicht überleben können. Da muss ich irgendwann was tun. Ja, nächstes Thema. Epic Games. Das sind die Macher von Fortnite. Die haben jetzt eingekauft. Und was haben die eingekauft? Ja, nicht ein anderes Gaming-Studio oder was man erwarten würde, sondern die haben Hausparty gekauft. Ja, da wird sich der eine oder andere fragen, was ist denn Hausparty? Ja, Hausparty war ein soziales Netzwerk, was letztendlich um Gruppenvideoshats ging. Hat einen ganz kurzen Mini-Hype gehabt. Aber das war es dann auch. Was Epic jetzt mit denen so richtig will, ja, das steht mal jetzt im Raum. Schauen wir mal. Vielleicht wird es ja auch in Fortnite integriert. Und vielleicht ist es einfach nur Geld ausgeben gewesen. Nächstes Thema. Auch eine Sache, die die wenigsten kennen. City Mapper ist eine sehr beliebte App, die der Martin und ich ja sehr schätzen, um von A nach B zu kommen. Die werden vielleicht einige von euch kennen. Aber ja, die wenigsten werden wissen, dass City Mapper auch mal eine Busroute in London hatte. Das war schon komisch, weil die haben gesagt, in London müssen bestimmte Routen bedient werden. Die werden nicht bedient. Und dann haben sie eigene Busse fahren lassen. Dann ist aus den Bussen so eine Art Taxi-Sharing-Service geworden. Also irgendwo auch so eine Art Uber. Und das Ganze hieß mal ursprünglich Smart Bus. Dann hieß es Smart Ride. Und dann hieß es City Mapper Ride. Ja, das war 2017 und jetzt 2019 haben sie entschieden. Das macht dann wohl doch keinen Sinn. Und das wird jetzt eingestellt. Ja, schade. Ich wäre neugierig gewesen, mir das mal anzuschauen. Ich habe das eigentlich gar nicht gewusst, obwohl ich ein paar Mal in London war. Ja, also City Mapper ist weiterhin nur noch die App und nicht mehr ein eigener Fahrtdienstleister. Und letztes Thema für heute ist Spotify. Die launchen in den USA jetzt Your Daily Drive. Das ist eine personalisierte Playlist, die Musik mit Podcast kombiniert. Das ist die eigene Musik, die man so favorisiert hat. Ein paar neue Tracks, die man da reinschiebt, die man aufgrund der alten Likes von Spotify vorgeschlagen bekommt. Und dann werden da Podcasts zwischengeschoben. Aber eher ein News-Podcast. Und dann hat man praktisch einen eigenen kleinen Radiosender, mit dem man halt seine Daily Commute machen kann. Also wenn man morgens zur Arbeit fährt. Und das Ganze wird über den Tag rüber auch immer wieder aktualisiert. Finde ich auf jeden Fall ein sehr spannendes Produkt von Spotify. Und bin auch gespannt, ob es denn dann nach Deutschland kommt. Und es macht natürlich auch Sinn, dass sowas gemacht wird. Denn Spotify war ja auch auf großer Einkaufstour in diesem Jahr und letzten Jahr auch schon in Sachen Podcast. Von daher macht es auch Sinn, dass sie das pushen. Und ja, das war es auch schon für heute. Ja, noch ein Tag. Kommt aber erstmal gut in den Donnerstag. Kriegt in den Donnerstag gut rum. Bleibt positiv. Und wir hören uns dann zum Ende der Woche morgen nochmal. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Vielen Dank.